Wie chancelos. Schau mal kurz leise, bitte. Ja, ich hab hier irgendwo einen. Leise. Wie lange brauche ich, um einen Beutel über den Kopf zu ziehen? Ähm, wenn er bewusstlos ist, kannst du das nur. Ja? Ja. Anderfalls geht das nicht. Schade. Du auch, ich bin auch in der Elektro. Äh, unten am Hafen, am Krankenhaus. Ich bin gerade an unserem Friedhof angekommen. Es sind mehrere, keine. Ich hab schnell noch mal gegessen. So, Stofffelsen ausgerüstet. Der will sich hier schlagen mit mir, der Wichse. Ups, ich bin so schnell reingekommen, ich bin jetzt wirklich da, wo wir so tot sind. Wir sind. Also, ich bin... Ich geh nochmal kurz ins Spiel. Ja, ich hatte eine SK, eine Pumpe. Und eine AAK. Ich bin kurz da, aber ich hatte eigentlich alles. Ich war wunschlos glücklich. Ich hätte mit allem ballern können. Ich habe vorgezum. Ich habe vorgezum. Das war's für heute.